Ah, schöne Erinnerung. Da wo Butchie mal feststecken blieb als Shade und kam nicht mehr raus, halt. Da gibt's auch so einen anderen Game-Mode, oder? Da gibt's noch diesen Murder Game-Mode oder was. Ach, das ist dieses Schiff da wieder. Wo Butchie mal niemanden gefunden hat. Nee, sie ist da stecken geblieben. Hat jemand gekillt, aber kam nicht mehr raus. Ja, Butchie hat doch auch schon mal einfach niemanden gefunden, hat er niemanden töten können. Ah, ja, das auch. Das ist ein Schiff, ich bin der. Das hab ich sogar grad aufgenommen. Oh, ich sag beim nächsten Mal, wenn du aufnimmst, Alter. Also ich nehm grad durchgehend auf. Okay. Da haben wir schon mal viele Pussy-Beleidigungen gegen Jule drin. Das ist noch weiter wahr. Okay, ich muss nochmal kurz weg. Er kann mir noch was machen, hier wird Neutrales die Situation schütteln, keine von den zwei, weil die werden noch nicht mehr. Also, Jule, Jule hat's Lele angeballert. Lele hat gesagt, er ballert Jule jetzt zurück an. Lele läuft Jule hinterher. Jule rotzt Lele weg. Beide innocent. Aber Jule wurde nicht angeschossen, der war healthy. Ja eben, er hat ihn ja nur nicht angeschossen gehabt und wurde dann einfach weggerotzt. Wenn er sagt, er will mich killen, dann kenn ich ihn voll. Das ist mir egal. Das kann man mir sagen. Hast du ihn angeschossen, das war allein schon das erste behinderte Jule. Ich hab ihn angeschossen. Du hast ihn angeschossen. So, jetzt geh ich wieder Jule rein, also ein PC-Bot so fucking lang einfach nur. Ähm, wolltest du nicht einen mal zulegen? Ein zusammenbasteln? Ja, Kai. Aber der Toaster hier, der braucht ja noch ein Stück zum Hochfahren. Abruf, Toast, ich hab ihn nicht. Der Toaster wird meint, so kürzlos. Hä, Kai, du kriegst viel weniger. Lele, bist du verfolgt. Oh, der Toaster. Kai, du kriegst für... Ich hab geguckt, was der dritte ist, mit dem Preis krieg ich so viel besseres Zeug. Das ist nicht mal so gut für seine Leistung. Leute, was geht ab? Ich hab ihn kurz. Wehe, das ist gut. Jetzt nichtci-kommst. Genau. um und ist das verdächtige als er etwas mit mir getan der für uns wo seid ihr hier im Stimmbad waren wir gerade, ich muss nachladen, verdammt okay der M16, kannst du nicht mal anfangen, jemanden zu töten ja, die Waffen sind echt scheiße ja, die Waffen ist richtig gut, aber keiner kann damit schießen welche? die M16 ist echt kacke also du, wenn du da mit zwei Headys gibst, der Instant weg nee, aber ich dachte, du bestürbst den von dem Pool, dann kriegst du ja, Elektrik sechs Leute, so macht Spaß aber du bestürbst nicht mal, wenn ich den Pool reindrücke ich hab nur zehn Schaden aber ich war gar nicht ganz drin, ich bin auf irgendwas gelandet also, Elektrik, ich hab den Reihen auf dem Foto dran ich hab ja gewusst, dass ich vielleicht springen muss ich hab ja gewusst, dass ich vielleicht springen muss ich hab quasi keine Waffe, das ist wirklich gut aber hier ist echt gar keine Waffe der Detective ist wieder am Stahl, Leute ich hab nur eine Huge, Mann wie ist das hier? Jules, Jules ich hab nur eine Huge, wenn du gerade da mit auf euch kommt ich hab nur eine Huge, wenn du gerade da mit auf euch kommt ich hab nur eine Huge da komm nicht rein, das kann man nicht öffnen ich hab nur eine Huge Kai ist bei mir, ich hab Angst Kai 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 ich bin an den Kopfhörern Kai 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 verpiss dich, Mann ich hab nur, sondern was geht du mir ich hab nur slow in den comic ich hab nur eine Wilde based die in die Hand auf, wo du gerade... Lass mich aus der Scheisse Tür raus ja ne so weil ich will die richtige Waffe gibt es in den Balls davon keiner kommt doch das wird er sagt er vorliegt hier wo man um man hat auch gesagt hat er bis zu sein und zwar abbrechen ist und erweckt sich die wechseln ich jetzt mal um wenn du es nicht jetzt kann braun ist former zuvor mehr zu hinter mir zu retten mit der schrotze nach und dann wird sich hier wie ein guter haben leute 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 und blickt die märkte nicht mehr der folge weil er sich auch klar konnte nicht mehr wo die sich immer an der selben stelle lehle ich bin wieder weil ich glück 4 sie vier er bei beim pool ok ich bin weiter also dabei stelle da wo der piano auf ist also er ist er ich habe die bombe dahin wer wer ist gerade bei euch wer ist gerade bei euch? Kai steht jetzt bei mir, ja. Wart ihr die ganze Zeit schon da? Wir waren hier hin. Also ich hab mit Kai ein bisschen Spaß gehabt. Dann seid ihr beides nicht, wenn ihr nicht beide Traitors seid. Dann sind die anderen das eine von denen. Also Kai hat keine Bombe auf jeden Fall geplant, das weiß ich. Kai. Entweder ist einer von euch Traitor und beide Innocents oder beide Traitor. Der wäre echt tot, glaub ich. Basti, komm. Deine Melon. Was denn? Ich hab keine Melon, man. Jaja, Basti. Du, 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 du. Du. Was hast du für ne Waffe? Sag ich nicht. Ich will den am besten. Ich hab ja einen gefunden. Für dich, komm. Nee, nee. Der ich. Ich tue ihm gar nichts. Nele, lebs noch? Lebe noch, ja. Sag ich doch die Bommbe. Oder jetzt wäre ich mit einer Schraubegegang. Ich glaub man kann wieder ins Schiff, oder? Ja, wenn da keine zweite Bombe gelegt wurde... Entweder war das Jan, Lele oder... Oder soll ich vorauslaufen? Rui, lass mich dir hinterherlaufen, ich will nicht an einen rumlaufen. Dann lauf du vor. Ja, ich versteck mich grad vor dir, weil du mir nicht hinterher rennst, du Fotze, Alter! Wer ist das? Rui, was passiert denn? Alter, ich hab grad gedacht, der hat seinen Shotgun-Schoss verkackt und jetzt hab ich ihn abgeknallt. Oh, shit. Kai, das macht dich nicht gerade unverdächtig? Ja, aber der schießt jedes Mal, Alter, und ich hab da keinen Bock mehr drauf! Also, ich glaube, dass... Warte, 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 ich vertraue dem Detective und ich vertraue Bashti, ihr könnt mich beide abknallen, wenn ihr wollt. Moment, Kai ist es nicht... Kai ist es nicht, glaub ich. Weil, Joel hat gelacht! Basti, verpiss dich! Verpiss dich! Okay, okay, ich geh ja! Ich geh ja schon! Aber dabei mach... Okay, obwohl... Schieß Jan ab, wenn ihr seht, ich glaub, er ist Traitor. Jan und Basti vielleicht... Loll, hast du was grad gekauft? Ja, ich hab hier den Munizod aufsummeln wollen. Okay. Weil ich ja grad eben Jula schossen hatte. Loll, Kai ist bei mir! Hi, du! Ja, ich bin hier... Ja, ich bin bei euch beiden! Da ist Volker! Der hat einen Dead Ringer! Der hat einen Dead Ringer! Glaube ich. Hast du grad Volker gekillt? Nein, hier wurde grad nach unten geschossen. Von dem da oben. Von dem da oben. Von dem da oben. Von dem da oben. Von dem da. So, Lele, wo ist immer denn? Wo ist immer denn, Lele? Ja! Oh, Mann! Weißt du ein Volker? Ja, klar! Ja, wo? Ja, wo? Hast du... Hast du... Ja, hast du... Ja, hast du... Ja, das ist echt notwendig! Bis ans Ende meines Lebens! Alter, Gottes Willen! Dich finde ich doch niemals! Fällt euch auch nicht! Oh! Ich weiß aber nicht mehr, wo! Ja, nein! Ich starb! Wiss ich! Oh, dein Körper! Scheiße, stimmt ja! Da wär ja was! Jan, du bist der Beste! Jan, du bist der Beste, also Jan! Oh Gott, ja! Oh Gott, ja! Zum Glück ist dem ja auch's den Weg gegangen, Alter! Ich werde jetzt jedes Mal Joule wegrotzen, sobald er einmal in meine Richtung stehst! Richtig, ja! Ja! Martin, das scheint einfach kein Mensch! Ich hab drei Minuten lang als Trader durch den Map rumgeeiert und niemand gefunden! Ich hab am Anfang die Trader gemacht und kein Radar gekauft! Ich hab' mich schon überlegt, ob ich dich, wo wir diese Tür saßen, da wegrotten soll oder nicht! Aber ich hab' da, nee, nee! Meiner, ich hab' seitdem hab' ich noch vertraut gehabt, aber eh, ne! Ich nehm' mir die Galle, eine Beste, das find' ich nicht! Ich hab' diesen Lapp nicht so gern als ihn! Ah, ich hab' noch da, das war ich gut! Fee! Ich hab' da im Ende auch gekauft! Also, irgendwann Jules Gleiche da auf, Tochter wüsste, warum, dann hat man mich doch geschossen! Ich krieg' die Tür, helfen wir mal, die Tür sagt! Ich komm' nicht mehr raus! Wo denn? Ah, komm' raus, alles klar! Scheiße! Ich hing' noch fest! Sooo, Leute! Also, hab' ich jetzt nicht mehr, wenn ich Kai jetzt einschießt, dann bringt er nämlich Agro um! Ja! Ich hab' aber einen Traitor zu agro um! Ich hab' einen Traitor zu agro um! Ich hab' einen Traitor zu agro um! Ich bring' einen Traitor zu agro um! Ich bring' einen Traitor zu agro um, soweit er mich anschießt! Okay, also kann ich Kai einschießen weg! Du erzähl doch keinen Scheiß! Tu's nicht, einer, wenn er es zurückschießt! Ich spitze in seine Karten, wenn der Traitor ist! Kai, hast' den Faden geschickt, oder? Hast' den Faden geschickt, oder? Ja, passt' dich! Ich hatte vorhin 14 Schaden von ihr bekommen! Ne, hast' nicht! Ich hab' daneben schon! Ne, 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 ne! Ich hab' 14 Schaden bekommen! Ne, 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 ne! Kai, weißt du, bist du ein richtiger Lachen? Ich werd' dich wegrotzen! Das ist einfach kein Skill! Das ist das Problem! Ich mach's jetzt genau wie Lele vorhin! Ich werd' dich einfach wegrotzen, sobald irgendwas ist! Komm, mach doch! Komm, mach doch! Was ist das? Ja, wenn du mich einmal anschießt, bist du weg! Lele lebst du noch? Ne, los! Schieß mich doch an, wenn du möchtest! Lele! Schrotze, Alter! Schrotze, Alter! Deine Murugfresse, Alter! Ah, komm' mal an! Was ist das los? Was ist das los? Deine Murugfresse, ist weg danach! Was mit der? Lele, lebst du noch? Ne Pumpchrotze, mach dein Gesicht schön weg! Lele? Oh Gott, Alter! Lele! Mach dein Face schön weg! Lele, mach dein Face schön weg! Danach ist der Pfutzen Blut an der Wand, das ist deins! Heiß Lele, tut es an der Wand! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6... Ich sehs noch alles gut hier! Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören! So, dann lebe ich dir noch! Nur weil du ihn gefragt hast, oder nicht! Doch! Alles klar! War'mus regen! Wir sind gleich gucken! Wieder gleich gucken, Junge! du lebst du noch er steht hier bei mir basti haja das ist gefährlich und das warst du guck mal ein ich geh mal da weiter die tippe auf bist du auch bist du die tippe das ist die leite leite bei einem kleinen schwanz ich wollte mich nicht filmen er hat das wenig angeschossen ich habe gesagt wenn du mich an schießt schulst du er hat aber schießt es ist hier passiert hier ein Detektiv Hi Jan Jan kann ich den Rücken zu kennen, aber du ihn nicht Ruhigen, warum ist sie mit da her? Nichts, nicht, nicht Oh Gott, viel Spaß Lele? Ja Alle leben noch, glaube ich Alle leben noch Haben wir da gekauft, Lele? Okay, okay, er hat gehängt Okay, das ist eine gute Ausnahme Wie gesagt, das ist auch echt schwierig Ich bin beim Ofen, jetzt bin ich draußen Ja, du hast gerade einen 270er Pin gehabt, also das hängt bei dir nur Alter, aus Aller Scheiße Hast du Angst, Jan? Okay, doch nicht Spaß Oh, Ju, das gefällt mir ganz und gar nicht Warte, ich bin ja kurz 11K, ich muss kurz mein WLAN-Netz wechseln Ich bin ja kurz raus Nicht abschließt, bitte Das wär lustig, wenn der Traitor ist Nee Ich bin ja wieder auf 50er Pin Ich bin ja wieder auf 50er Pin Wird gleich wieder 50 Wir sind ja noch leer Ist da eins rein? Ich bin da drin jetzt Ich bin, ich bin ja dran Ich bin sehr sonderbar, Juul Jules 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 Jan, wo bist du? Du läust mit dem Magnetstick Nächstes Dick, obwohl ich hier eine Shotgun habe neben dem Detective Ich meine, dann müsste ich einfach den Detective abknallen und dann bist du tot, wenn ich Traitor bin Das wird doch kein Interesse der Machen, oder? Was soll ich machen? Ja, komm, geh her Hi Noi, Jewel ist zurück Jewel, Jewel, ich hab... Hinter dir ist jemand Das Kai, das Kai Hey, ich bin der Herr Ich hab mich getötet, also töte mich nicht Hey, du bist der Herr Dörf, okay Ja, ne, ich töte dich bestimmt nicht Du bist der Tango-Twanga oder Bastille Ja, oder du bist es? Ja, aus deiner Sicht Ich kann es auch sein Hey, Jan, kannst du mir, kannst du was kaufen, ich möchte mich heilen Ja, mach ich nicht Ja, mach ich nicht Äh, die beste Mal, wenn wir die Leiche mitnehmen Das, lolololol, ich kommst zurück Nimm mal die Leiche, nimm mal lieber die Leiche Leute, wir sind nicht, ich ziehe jetzt einfach den, der da rumläuft Ja, ich bitte, Kai Kai, Oliwitz, geh weg Zieh mir die andere Hände zu Erscheide mich gerade, wenn ich abgeschlossen werde Kai ist bei vor mir Kai, Kai Ja, Bastille, was das schon mit der Leiche gemacht hat Äh, ich steh hier oben Ja, ich hab die zu euch geholt, damit er den Hut belebt Kai ist vor mir Oh Gott, Kai ist vor mir Wo ist die Leiche? Ist die Leiche da? Darf ich die Heel Station danach zerstören? Nein, warum? Warum denn? Wir haben noch 30 Sekunden noch Äh, 30 Sekunden Der Trader muss was machen, der Trader muss jetzt was machen Sag mal, sag mal, sag mal, sag mal Lele Warum zieht die er auf mich? Keiner bewegt sich Moment Viel Blut Ah, ich hab's da auch Ach, sie sind hier Nein, unser Lele Der hat nicht mehr lange, der Trader Ja Weil, landen wir ihn um Wer ist das hier? Was ist los? Lele Oh, die Liga hat mich geschossen, hier Bastille hat mich geschossen Dankeschön Also, was hast du mich erschossen, Lele? Ab ohne Du bist so, dich richtig zu können Ich dachte, ich will Nein, dieser war ich's nicht Ich war richtig schade, du Ach, schade Ach, schade Ja Alles klar, jetzt geht's wieder los Neue Runde, neues Glück Ich hab eigentlich echt schon gesehen, dass Kai jetzt einfach du löscht ist Ich hab eigentlich voll drauf gehofft Also, es ist kalt und du Diesmal hab ich nicht drauf gerotzt Ja, der du ist nicht trotz, ja Ohne Probleme Ich würde das eigentlich so einstellen, dass es eigentlich nur schade und ich weiß, jetzt gibt's nicht mehr Ich hab gesagt, ich knall ihn ab, sobald der mich einmal an auch gut Und du wisst ja, was ist auch gut, Galil, der hat grad gut funktioniert Hehehe Oh, nein, ich kümelstliche Warum sind die Menschen? Alter, ich hab Arrival, ich bin nicht besser dran Ey, Kai, das ist sogar jetzt die Berechtigung Du hast ja gar nicht die Berechtigung Alles gut Na, wie geht's? Alles gut Ich bin nicht mit so vielen Menschen drin Wie geht's euch mehr? Wie geht's euch gut? Wie geht's euch gut? Wie geht's euch gut? Wow Ja, ich bleib hier Da ist jemand gestorben, ich hab's gehört Ich weiß nicht, wo ich bin Der hat jemand runtergefallen Ja, das war ich gerade Ah, da ist irgendjemand gestorben Ich bin's nicht gesehen Das ist doch ganz genau gehört Jan, lebsch noch? Also, als ob ich mit dir irgendwas machen Joel? Ist schon gestorben Lele? Kann doch gut sein Lele Lele Also, wenn ich hier nicht rede Achso, okay Ach, der liegt mir Ah, okay, dann Okay, okay, ich hab ne Navy wenigstens Oh, und die beste Waffe Geil, ist der Himmel Gibt's dann kein Staube hier rum? Teufel, wo ist die Leiche? Yeah, ich hab ne beste Waffe Ich bin jetzt am Heck Dann ist Joel wahrscheinlich ermordet worden Lele? Ja? Okay Ich hab wieder deinen Mensch gesehen Es ist ein bisschen schade, dass wir die Leiche nicht finden, weil Wir wissen ja nicht, ob der Ob der ein Trait ist Aber tot ist doch ein Ich hab auch das Sterben gehört Ich glaub, ich glaub eher Meine Verbotung ist, dass Joel sogar Innocent sich einfach versteckt Und uns umbringen lassen Hey, wo zum Teufel ist der? Wo geht's mal? Hey, ich bin tot oder nicht? Doch, du bist tot Ah, okay Warum hast du dich nicht identifiziert, Lele? Ey, lass mich in Ruhe Der dringert Der dringert Der ist tot Ist Lele? Nein, nein, Jan, Jan Wo ist Jan? Bashi, lebst du noch? Dann ist Lele, ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich bin's nicht Kommt doch nicht sein Ja, wenn Basti und Jan gestorben sind Was, sie leben, ob das noch grad die Welt gelaufen Also gerade noch so lebt, keine Ahnung Alles klar, Lele Er kann sich totstellen oder so, dass ich glaub, dass ich's bin Ich hab jetzt was gesuchen, der war grad noch hier Der Wagen wurde grad dann infizieren, äh Wurde er gezürtet Was, sie haben sich für mich Ey, wir machen einen Schott, wir können den Schott, wir dürfen nicht abschießen Mann Danke schön Ich dachte ich war so Ich hätte die eigentlich erschießen, da wohl die Leiche rumgelaufen ist Ich hab vergessen, dass die ein DeadRanger anhaltet Deswegen weiß sie Ich hab versucht die ganze Leiche über die Ich habe mich nicht so gut abknallen können, weil ich die ganze Zeit auf deinen Kopf war. Ich war schon richtig glücklich, dass ich dich dann noch gesehen habe. Wenn du Dead Ringer mit den Disguyser verwendest, dann bist du ja... Ich habe vergessen, dass ich den Dead Ringer anhatte. Ich habe mich auf meinen Club geguckt und habe nicht den Gewinde genommen, die nicht abknallen können. Ich hätte einfach nur zurück in die Tür gehen müssen und dann wäre ich das gewesen. Leute, Detective, sie haben gestört. Officer! Nee, Basti, du bist es nicht so. Officer! 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 Soooo! Die sind schon zu einem gesparten, ne? Was ist das hier eigentlich? Die gibt es bei der Spawn-Nutzer noch mit der Unterdämpfung. Basti, ist es! Basti! Schicht erschießen! Warum soll es Basti sein? Basti, ist es. Hier liegt eine Leiche! Basti! 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 Versteckt sich da keiner ALTER! Es packt hier bei mir gerade alles so richtig scheiße rum Ich glaube ich wurde gerade geschossen Da vorne drauf, da wo es offen ist, da wo offen ist War gerade deine Bombe oder was hat da gerade zugegeben? Schöne Melle, wunderschön Wunderschön Alter, ich find den einfach nicht Wunderschöne Melle, der hat geschmeckt, oder? Wunderschön 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 Ja, ich hab die zweite Falle angeguckt Ja, ich hab die zweite Falle angeguckt Deswegen hab ich hier aufgeschneidt Ich weiß, ich hab nur so Wack, wack, wack Ich hab nur so mit mir reingekommen Alter Was ist? Team Room In dem Moment, wo du mit mir reingekommen Ich hab halt... Team Room Wollen wir Team Room, oder was anderes? Ich bin für Team Room, Alter Team Room waren wir schon bei einem Ich bin für Minecraft City Jukatan Ne, das geht auch noch Minecraft City geht auch noch Wo ist denn die? Ich find die nicht Gibt's die überhaupt? Vielleicht nicht aufgelöstet gerade Warte, ich kann mal kurz das machen Warte, man... Ich hab die Team Room 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 Einfach irgendwas genau Ah, Jules Detected Was wollt ihr? Minecraft City, ne? Ja Ich bin einfach Team Room, passt auf Minecraft City Version 4 Dark Egal, ne, lass einfach Team Room spielen Das passt schon Team Room ist nicht so cool Team Room ist nicht so cool Team Room fand ich immer geil Ja, Kai, du weißt, was passiert Äh, hat's so leid bei mir Aber du bist hinter mir? Gar nicht gut Leute Hallo, wir haben grad so gut als Stratter zusammen gespielt Du hast so geil Alter, ich sag als Detective Bastian und niemand reagiert einfach drauf WTF Ich hab doch drauf reagiert Jaja, schon du Weil alle anderen tun so als ob nix Ich finde dich, ich finde dich Ich finde dich Weil der steht immer in der Leiche Ich finde dich Jan ist bei mir, Jan ist bei mir Jan ist bei mir Jan ist bei mir Jan ist bei mir Das hat schon Spaß gemacht Jan ist bei mir Da schießt jemand Und dann hab ich noch gegen du gefeiert Das einmal kam von links ne Bälle Jan, was ist los? Du fliegt mit dem Jetpack rum Also, es ist Detective Jan ist jetzt in eine Bombe gelegt Ja Bommbe Alles klar Alles klar Alles mal weggenommen Jan ich hab's gehört Ich muss nur die Bombe suchen Ja, was? Heißt das ist entweder Bastion oder Zanko 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 oder Zanko? Wer ist das? Wer schießt da? Nein, du kannst Es ist frei Wie heißt Zanko oder Zanko zu schießen Aber Nein, warum nicht? Loil loil Basti Nein, nicht nach Basti, Basti, Basti bei mir Ich hab gesagt chill dui Alles klar Alles klar Sehr gut Ich hab's doch gewusst Der hat auch gerade schon eben mit dem Sniper auf meinen Kopf gezogen Hä, was ist Jan? Ich hab's aber gehört Ich hab's gehört Ich hab's gehört Ich hab's gehört Ich hab's gehört Ich hab nur die Bombe gesucht Ich wär selbst sonst weggegangen Wenn ich die Bombe nicht gefunden hätte, hätte ich die nicht abgeknallt Hehehe Dann läuft er einfach so Ja, endlich hab ich den Ausgang gefunden so quasi auch Wann hat er privat geschrieben, dass dui eben privat geschrieben hat, dass er jetzt Buttchef spontan besuchen möchte? Was? Wo steht das? Nicht dein Ernst Bei einer Nasex-Prinzen Bei einer Nasex-Prinzen So ein Wichser, Alter Was war der Kack Was war der Kack, Alter? Was war der Kack, Alter? Wie war der Kack Was war der Kack